Hallo zusammen, ich bin Melina und ich doktoriere an der Uni Basel in Theoretischer Physik. In meiner Forschung geht es um Majoranas. Das sind spezielle Teile, die in gewissen Materialien auftauchen können und von denen man sich erhofft, dass sie eines der grössten Probleme, die Quantencomputer heutzutage haben, lösen können. Nämlich, dass die Information, die man in ihnen speichert, nach einer kurzen Zeit wieder verschwindet. Um die Zustände zu untersuchen, entwickle ich ein vereinfachtes mathematisches Modell, das ich nachher am Computer programmieren kann. Der schwierigste Teil ist es, die Daten, die mir das Modell gibt, zu verstehen. Das heisst für mich, viel überlegen und mit meinen Kollegen zu diskutieren. Für den so anderen Forschenden von den neuen Erkenntnissen erfahren, schreibe ich eine Artikel für eine Forschungszeitschrift und präsentiere meine Arbeit in einem Seminar oder einer Konferenz. Für mich ist das Spannendste in der Forschung, das ich lerne, mit komplexen Problemen umzugehen und zu lösen. Das ist zwar eine grosse Herausforderung, dafür ist das Gefühl, wenn man es dann geschafft hat und etwas Neues dazugelehrt hat, umso schöner. Für dich wäre es das Zwischenzeitschrift im Namen gonna. Und wir verligen vor als motive. Bis zum nächsten Mal,